Hi zusammen, hier ist Rex und willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder ein Thema, was den Bereich Gaming betrifft. Und ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass ich über so ein Thema ein Video mache, gerade weil es mich nicht so direkt betrifft. Aber ich habe den Eindruck, dass AAA Gaming ausstirbt. Und das habe ich schon seit längerem und ich glaube, viele von euch würden das auch fühlen, wenn ich das jetzt so sagen würde. Und ich glaube, der Auslöser war größtenteils Battlefield. Also Battlefield 2042. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, das Spiel ist leider ein einziges Desaster. Und das ist eigentlich fucking traurig. Ihr wisst, für die Leute, die meine Videos gucken, dass ich auf diesem Channel eigentlich früher immer nur Call of Duty hochgeladen habe. Auch das, ich weiß nicht, was ich in den Hintergrund packe, aber es wird nicht Battlefield sein. Das bedeutet aber nicht, dass ich automatisch gesagt habe, ich hasse Battlefield oder so. Weil das war ja früher immer so diese Einstellung, du magst entweder Battlefield oder Call of Duty. Bei mir war das nie so. Also ich habe Battlefield nie so krass gefühlt wie Call of Duty, muss ich halt ganz ehrlich zugeben. Aber ich mochte trotzdem bei Battlefield eigentlich so ziemlich alles, wenn es um das Gameplay ging, um die Detailtiefe. Und ich habe das trotzdem für ein paar Runden immer sehr gerne gespielt. Jetzt im Nachhinein, nachdem ich ein paar der Spiele wieder probiert habe, zum Beispiel Battlefield 4 oder auch Battlefield 1 und so, wünschte ich, ich hätte es tatsächlich zu den Zeiten auch mehr gespielt. Ich habe dann zu den Zeiten eher andere Spiele gezockt und deswegen, ja, schade, dass ich sie nicht in ihrer Primetime erlebt habe, weil jetzt sind die eigentlich unspielbar. Also Battlefield 1 kann man noch relativ gut spielen, aber Battlefield 4 und 3 und sowas, die sind eigentlich alle relativ tot. Was bei Battlefield 2042 halt alles schief läuft, ist schon fast unmöglich in einem Video zusammenzufassen, gerade weil es hier nicht nur um Battlefield geht, sondern um AAA Gaming an sich. Aber Battlefield stellt halt so das beste Beispiel für dieses ganze Thema dar. Battlefield 2042 kam mit einem richtig geilen Trailer. Also das wurde geteased, da waren Leute richtig gehypt. Also der Trailer war einfach richtig geil gestaltet. Dieses Szenario, was sich, glaube ich, auch viele gewünscht haben, weil Battlefield 1 und 5, ja, Zweite Weltkriegs- und Erste Weltkriegs-Shooter waren, die Leute wollten halt ein modernes Battlefield, halt wie Battlefield 4. Und Battlefield 2042 sah nach dem Game aus, das die Leute halt auch wirklich haben wollten. Und der Trailer war halt auch bombastisch. Man hat Wingsuits gehabt, man hat Tornados gehabt, man hatte richtig geil aussehende Maps, man hatte irgendeinen Clip, wo ein Typ aus dem Flugzeug springt und dann ein anderes Flugzeug abschießt und dann wieder ins Flugzeug einsteigt. Halt Battlefield-typische Sachen, die dann mit der Zeit in der Community cool geworden sind. Und ich muss sagen, ich war so gehypt, ich war echt bereit, hinzugehen und mir ein Key für 110 Euro zu kaufen für diese Ultimate Edition. Ich habe sogar gesagt, okay, dieses Jahr scheiße ich auf Vanguard und hole lieber Battlefield 2042. Dann kam die Beta, die Monate sind vergangen und allein schon da war der Fehler, weil EA es nicht geschafft hat, diesen Hype überhaupt aufrecht zu erhalten. Also danach war irgendwie fast Funkstille und das war halt einfach traurig, weil das Spiel hat es geschafft, die Leute zu hypen. Und die Beta war halt sehr, sehr durchwachsen mit Bugs, aber ich glaube, da war halt irgendwo ein Potenzial, was Spieler gesehen haben und viele haben sich halt auch erhofft, dass das ein gutes Spiel wird. Dann kommt es raus und es ist ein Desaster nach dem anderen. Erstmal müsst ihr euch mal diese Steam-Charts angucken. Das sind aktuelle Daten. Das ist einfach nur traurig. Und ihr seht auch, wie viele Spieler Battlefield 5 dazu gewonnen hat und hat jetzt die meisten Spieler von allen Battlefield-Spielen, die noch auf Steam sind. Natürlich gibt es das Spiel halt auch auf anderen Plattformen, aber ich gehe davon aus, dass es da nicht wirklich besser aussieht. Das ist halt einfach fucking traurig. Und es gibt halt viele Gründe, warum das passiert ist. Aber was jetzt in letzter Zeit halt von EA gesagt worden ist, erst mal sie haben behauptet, dass der Surprise-Launch von Halo daran schuld wäre, dass Leute halt negativ darüber sind. Ich hätte niemals gedacht, so einen Satz zu hören. Es ist so ein Bullshit. Wie kann man so eine Kacke raushauen aus seinem Mund? Und dann kommt halt auch noch dazu, dass das mit Abstand das schlechteste Live-Service-Game ist, das ich jemals gesehen habe. Also ich erinnere mich persönlich an keinen anderen Fall, der so extrem war. Wenn, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber jetzt wurde halt gesagt, dass der ganze Content, der erste Season-Content, erst im Frühsommer kommt. Und wir wissen nicht mal, wann Frühsommer genau ist. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Spiel, das gelauncht ist, nach so vielen Monaten erst seinen ersten Content-Drop bekommt. Und dann so Basis-Features auch, das haben die auch bestätigt, die wohl bewusst rausgeflogen sind, wie In-Game-Voice-Chat und so, kommen erst dann mit diesem Patch wieder rein. Und du kannst mir nicht erzählen, dass ein Chat und ein Scoreboard und kaum was sie noch rausgeschmissen haben, so viele Monate braucht, damit es wieder im Spiel ist. Also das ist ja so eine lächerliche Scheiße. Wir wissen natürlich nicht ganz genau, was hinter den Kulissen lief, aber viele Quellen behaupten, das lag erst mal an Covid und eine neue Version der Frostbite-Engine, die wohl komplett neu entwickelt werden musste und dadurch ist das Spiel so ein Desaster. Battlefield 2042 hat alles verloren, was es zu einem Battlefield macht. Die haben komplett an der Community entlang entwickelt. Also das ist nichts, was die Community haben wollte. Der ganze Detailgrad, der in einem Battlefield-Spiel steckt, und ich weiß, das ist jetzt nicht natürlich der Hauptpunkt, warum Leute Battlefield spielen, aber es ist trotzdem ein großer Faktor. Der Detailgrad ist gleich null. Also da ist ja alles rausgeflogen. Guckt euch jedes andere Battlefield an. Du ladest eine Waffe nach und in Battlefield 4 siehst du, dass da keine Kugel mehr im Magazin ist. Allein schon solche kleinen Details sind in 2042 rausgeflogen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Es gibt genügend Videos auf YouTube, die das halt vergleichen miteinander, wie das jetzt inzwischen aussieht im Vergleich zu dem neuen Spiel. Und es ist einfach nur sad. Es gibt inzwischen sogar eine Petition, die bei über 200.000 Stimmen ist, meine ich, wo Leute halt erwarten, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Und ich hoffe auch, dass das passiert, weil das ist eigentlich echt eine Verarsche. Dann gibt es auch noch solche skurrilen Sachen, wie der DICE-Support, glaube ich, oder der Twitter-Account oder so, wo behauptet wird, dass Battlefield-Spieler sehr, sehr zufrieden sind mit dem Spiel. Was mal halt einfach gar nicht stimmt. Steams Bewertungen sagen eigentlich auch schon alles. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, auf anderen Plattformen anders. Ja, wir haben jetzt aber genügend über Battlefield geredet. Gucken wir uns noch andere Skandale an, sag ich mal. Der größte Skandal der letzten Jahre wäre natürlich Cyberscam 2077. Eins der meistgehypetesten Spiele, also eigentlich genauso gehypet wie Battlefield. Ich glaube aber sogar noch mehr als das Game. Und meine Güte, war das ein Desaster. Die Last-Gen-Version war so schlecht, dass Sony das Spiel runtergenommen hat von ihrem PlayStation 4 Store. Das wurde für eine Weile nicht da verkauft. Es gab ein riesiges Datenleck, dass irgendwelche Hacker dann auch die Daten von dem Studio verkauft haben, etc. Und das Spiel hat an sich nicht so funktioniert, wie sich das Leute erwartet haben. Und zwar überhaupt nicht. Und jetzt erst kommt eine PS5-Version, also der Patch oder so. Keine Ahnung. Bin da nicht so drin, aber jetzt ist es halt erst so wirklich halbwegs spielbar. Und voll viele Features sind aus dem Game rausgeflogen. Es ist absolut nicht das geworden, was Leute erwartet haben. Und das ist halt auch genauso das, was bei Battlefield passiert ist. Wie gesagt, diese ganzen Spiele, ich glaube, ich kenne den Grund halt auch irgendwo. Dazu kommen wir aber gleich, das ist eher so in der Meinungssektion. Aber ja, Cyberpunk war echt krass. Ich glaube, selbst andere Titel, auch hier zum Beispiel Call of Duty Vanguard, die gehen halt unter in der AAA-Branche inzwischen. Weil wenn man sich das so anguckt, Vanguard ist kein schlechtes Spiel unbedingt, aber es ist schon ein Copy-Paste-Job von Modern Warfare. Und so betrachtet, wenn wir jetzt ausblenden würden, dass diese ganzen anderen Spiele deutlich schlechter sind als Vanguard, ist Vanguard kein gutes Spiel. Es ist nur gut, beziehungsweise gut im Vergleich zu den anderen Spielen. Und selbst in Forza Horizon 5, worauf ich mich ja gefreut habe, und ihr wisst, wenn ihr meinen Kanal guckt, ich habe drei und vier kritisiert, es gab echt coole neue Sachen, die hätten Horizon 5 viel besser machen können als die beiden Vorgänger. Und trotzdem ist das Spiel in komplett kaputten Zustand gelauncht. Du konntest das Spiel am Anfang nicht online spielen. Also die hatten so krasse Online-Probleme und dann noch voll viele Bugs und Glitches und voll viele fehlende Features, voll viele Body-Kits sind auch rausgeflogen und keine Ahnung, es ist wieder dasselbe Game. Also es kann nicht sein, dass du andauernden Game reskinnst. Und dann ist auch noch so viele Preise gewinnt und die Spieler ist in den Himmel loben. Ich verstehe bis heute nicht, warum Horizon so krass gelobt wird. Da gibt es so viele Sachen, die mich aufregen. Der ganze Online-Support ist für den Arsch. Die haben sogar den Rank-Modus rausgenommen. Also ihr merkt, AAA-Gaming geht gerade im Moment, auch mit Spielen sogar, die auch einen relativ großen Hype haben und wo ich nicht erwartet hätte, dass sie schlecht werden. Hier Dying Light 2, es ist kein schlechtes Spiel geworden oder sowas, aber auch da habe ich so mitbekommen, dass es ja ein bisschen overhype war, dass vieles da nicht so ist, wie sich das Leute erwartet haben. Dazu kann ich nicht viel sagen, habe ich selber noch nicht gespielt. Ich gebe nur das wieder, was ich so ein bisschen mitbekommen habe. Ist viel besser als die anderen Games, glaube ich, auf der Liste, aber trotzdem auch schon problematisch. Ich hätte niemals erwartet, dass ich so ein Video mache, dass AAA-Gaming mal so tief sinken kann und dass auch zum Beispiel Battlefield jetzt anfängt, diese ganzen kosmetischen Items. Das ist auch richtig schlimm. Die haben echt einfach diese Spezialisten eingebaut, damit die kosmetische Skins verkaufen können und das ist auch komplett gebackfeiert. Du hast die ganze Zeit dieselben Soldaten im Spiel und ja, die Leute, denen gefällt das nicht. Da waren auch so lächerliche Sachen wie ein Weihnachtsmann-Skin drin. Vanguard kennen wir, also KFD allgemein, was sie da für ridiculous Bundles verkaufen. Apex macht dieselbe Scheiße auch, aber bei Battlefield ist das halt so, ich glaube, die Community ist halt das überhaupt nicht gewöhnt, weil es sowas ja noch nicht wirklich gab und das war dann halt für die nochmal besonders lächerlich, weil das halt ihr so erster Geschmack von dem ganzen Mist ist. Das Traurige ist halt, dass diese ganzen Spiele teilweise halt auch immer auf der Last-Gen laufen müssen und das hält halt auch die Spiele irgendwo zurück. Natürlich bei Battlefield fehlt halt vieles in der Produktion und vieles ist nicht gut gelaufen. In dem Falle trifft das auf die nicht so ganz zu, aber auf Spiele wie Vanguard, da trifft es schon zu und ich könnte jetzt halt sagen, oh, warum kauft ihr euch nicht eine neue Konsole, weißt du? Aber das wäre kein Argument. Du kannst keine neue Konsole kaufen. Du musst halt extrem Glück haben, um eine zu bekommen und deswegen kann man das den Entwicklern nicht mal vorwerfen, dass sie halt jetzt mehr Stress haben, um die ganzen Spiele auf mehrere Plattformen zu portieren, weil die PS5 und Xbox Series X Version würde sich einfach nicht rentieren, weil viele Leute diese Konsole noch nicht haben. Geht halt nicht wegen dem Chipmangel. Ich glaube, viele Gamer werden bereit, eine neue Konsole zu kaufen, aber geht halt nicht. Und ich glaube auch, das ist ein bisschen dieses Phänomen wie damals bei den Lootboxen. Die Spieler haben das mitgemacht zu einer gewissen Zeit, aber irgendwann war die Luft raus. Irgendwann war der Punkt da, wo die Spieler das nicht mehr geduldet haben und ich glaube, genau das wird jetzt auch mit AAA Games in Sachen Qualität und Qualitätssicherung passieren. Weil bei Vanguard wurde zum Beispiel auch, da wurden voll viele Quality Assurance Leute gefeuert. Das heißt, die Spieler haben dann nicht mehr zum Release die Quality Assurance bekommen, die sie eigentlich brauchen und dadurch sind viel mehr Bugs im Spiel. Du kannst einfach nicht ohne Quality Assurance Menschen arbeiten. Die sind halt genauso wichtig wie eigentlich alle anderen. Was ich von dem Ganzen halte, brauche ich glaube ich nicht zu sagen. Das Ganze ist halt einfach negativ und ich finde es halt einfach schade, weil gerade wie gesagt Battlefield, hätte ich mich echt gefreut, wenn das ein gutes Spiel gewesen wäre. Vergleichen wir das halt mit früher. Ist es halt so, wie diese These, die ich vorhin halt geteased hatte, dass Spiele heute einfach viel zu viel kosten. Entwickler wollen halt auch immer die Grafikpower nutzen und immer größere Spiele machen. Das kostet einfach Geld. Du kannst heute nicht mehr halt diese Spiele machen, wie wir sie jetzt haben. Weil dadurch musst du den ganzen restlichen Scheiß in Lootboxen packen oder in Skins oder in irgendwelche DLCs. Und DLCs, wir haben uns damals darüber aufgeregt, aber ich wünschte, wir hätten echt DLCs nur. Weil das ist die beste Methode, noch zusätzlich Geld zu machen, ohne die Spieler auszuschlachten. Da kriegt halt dann auch der Entwickler das Geld, was er dann durch diese höhere Produktion verliert, wieder rein. Und somit haben wir eigentlich nur eine Win-Win-Situation. Die Spieler kriegen ein gutes DLC mit viel Inhalt und die Entwickler kriegen ihr Geld. Und ich meine, die Spiele sind sowieso schon auf 80 Euro angestiegen auf den Konsolen. Deswegen, da könnte man so viel Geld rausholen, ohne die Leute wütend zu machen, aber natürlich wird dieser Weg nicht gegangen. Du kannst nicht immer weitermachen, immer größere Welten bieten wollen und immer mehr Gameplay bieten wollen, weil irgendwann ist Schluss, du kannst nicht so viel Geld ausgeben. Erinnert ihr euch an Konami damals, die halt Kojima bei MGS5 dann rausgeschmissen haben, weil das Spiel zu viel gekostet hat? Also das wird, glaube ich, vielen anderen Studios auch noch passieren. Entweder du supportest dein Game über eine längere Zeit, machst halt irgendein Modell, was für Spieler nicht unfreundlich ist, was die ganze Monetarisierung angeht und versuchst halt da das Geld reinzuholen oder du sagst, ja, mein Spiel ist halt einfach mal kürzer. Ich glaube, gerade bei Battlefield wäre das eine gute Idee gewesen, einfach mal zu sagen, okay, wir versuchen jetzt nicht mit dem Trend mitzugehen, weil das war wohl auch so die Idee. Deswegen gibt es ja auch dieses Hazard Zone, das war mal wohl ein Battle Royale-Modus ursprünglich. Sie haben halt dann auch versucht, mit Call of Duty mitzuhalten etc. Und jetzt ist das Ironische, dass Call of Duty mehr Detailgrad und sowas hat als Battlefield. Battlefield sieht ja teilweise echt lächerlich aus in Animationen und sowas. Das ist so krank. Ich hätte das niemals erwartet, dass sich die Rollen vertauschen. Aber wie gesagt, ja, Spiele werden immer teurer und das darf nicht sein. Und gerade verglichen mit früher, ne, Spiele hatten halt einfach viel mehr Quality Assurance. Deswegen sage ich ja, dass das so wichtig ist. Du hast ein Spiel gelauncht, auch auf mehreren Plattformen, teilweise nicht wie jetzt, ne, aber trotzdem war die Anzahl der Plattformen nicht wenig und du hattest einfach kaum Bugs in den Spielen. Es gab dann mal irgendwie einen Bug, wo du dann Out of Map gehen konntest oder du bist mal in eine Wand reingeklippt oder so. Aber das waren so Sachen, die waren verschmerzbar. Es ist ja diese Mentalität heute da, dass du, ja, äh, Release now, fix it later. Das heißt, du releasst einfach jetzt dein Spiel und alles, was daran falsch sein könnte, fixst du später. Und selbst damit lässt du dir extrem viel Zeit, weil es muss ja erstmal dein neues Content her. Weil es ist ja ein Live-Support-Game. Merk dir, das funktioniert nicht. Diese, diese Theorie, dass man beides auf einmal machen kann, funktioniert nicht, weil du kannst nicht erwarten, nur mit Bugfixes deinen Spieler zu halten, weil du hast ja wenig Content. Das heißt, du musst auch gleichzeitig neuen Content liefern und das sorgt dafür, dass du nicht genügend Zeit hast, beides zu einem gewissen Grade zu machen, zu einem Grade, wo Leute zufrieden sind mit. Und das ist genau das Problem auch vom Battlefield. Ja, das ist einfach traurig. Früher hast du dir Spiele wirklich gekauft und hast gesagt, okay, die Spiele sind relativ lang, aber nicht übertrieben lang, haben genügend Qualität, sehen auch für ihre Konsumgeneration entsprechend ja super aus eigentlich und das war es, 60 Euro, du warst zufrieden. Heute, du gibst dein Geld aus, wofür, damit das Game in einem Jahr tot ist und du Inhalte hast, die du nicht wiederverwenden kannst, gerade bei FIFA ist das immer noch so. Also, ich weiß echt nicht, wo AAA Gaming hingehen soll. Ich glaube, viele Spieler werden das nicht mehr mitmachen in Zukunft und das ist halt auch irgendwo der Grund, warum es diese Leute gibt, die sagen, okay, Indie-Games sind besser. Kann ich absolut verstehen, weil ein Indie-Developer halt viel mehr darauf achten kann, wie die Qualität seines Spiels ist, weil er sich zielig steckt, die nicht unrealsig zu erreichen sind. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass sogar Remaster von diesen AAA Studios inzwischen scheiße sind. Erstmal werden die Dinger outsourced, das heißt, EA zum Beispiel macht die nicht mal selber, also auch nicht die Studios, die die Spiele original gemacht haben, sondern irgendwelche anderen Studios, die man teilweise noch nie gehört hat und dann kommen halt so Meisterwerke raus, wie Need for Speed Hotpustet von 2010, was absolut identisch aussieht, also es ist kein grafisches Upgrade, hat halt nur einen Online-Modus, aber weil es auf der schlechteren Konsolen-Version basiert, statt auf der PC-Version, sind rund 70% aller Texturen downscaled im Hotpustet Remaster im Vergleich zum Originalspiel. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und sie haben sogar die Lizenz für Mercedes-Benz McLaren-Fahrzeuge verloren, das heißt, SLR 722, Sterling Moss und ich glaube sogar noch irgendein Fahrzeug sind komplett rausgeflogen. Das heißt, ihr habt im Remaster weniger Content als im Original. Zumindest hat das Spiel irgendwo noch seine Daseinsberechtigung, vor allem die Switch-Version, weil das Spiel gab es niemals auf einer Nintendo-Plattform, von daher, okay, das kann ich noch irgendwo akzeptieren, ob man jetzt die PC-Version oder die anderen Version braucht, ist halt fraglich, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, weil das Spiel ist auch eigentlich mega günstig inzwischen und gab es, glaube ich, auch sogar kostenlos irgendwo. Was aber absolut natürlich nicht in Ordnung ist, ist das Remaster von den drei GTA-Spielen. Die waren so schlecht, die waren so beschissen, dass man den Käufern die originalen Spiele geben musste, die man vorher aus den Stores entfernt hat. Auch das wieder, das Spiel war so krass gehypt und die Leute haben sich richtig krass drauf gefreut und dann bringt man so eine lieblose Scheiße raus. Also es ist echt unglaublich, wie kacke das aussah und auch die ganzen Glitches und sowas, die im Original nicht drin waren. Das war irgendein Kack-Studio, das auch die Apps für die Smartphones ruiniert hat, also die Re-Releases von den Spielen für Smartphones. Keine Ahnung, was das für ein Studio war, aber ja, da hätte man es halt auch schon kommen sehen können. Battlefield ist absolut nicht das geworden, was es sein sollte, würde ich behaupten, weil es ist nicht das, was die Hardcore-Community halt erwartet und man sieht ganz eindeutig bei Battlefield 2042, dass das Spiel noch mindestens ein Jahr gebraucht hätte. Und ich verstehe auch von EA nicht, warum die jetzt unbedingt den Drang haben, unbedingt jetzt ein Battlefield zu releasen, wenn die wissen, dass die Battlefield-Community sehr, sehr geduldig ist, was sowas angeht mit den Releases. Die wollen ja, dass ein Spiel länger supportet wird. Und da hätte man einfach ein Jahr noch warten können und das Spiel in einem Polish-Zustand rausbringen können. Und was passiert durch diese ganzen Situationen? Natürlich gibt es dann Investor-Core bei EA, wo die dann sagen, ja, Battlefield macht uns nicht mehr genug Geld, das ist nicht mehr eine Hauptpriorität. Und das bedeutet, die Zukunft von Battlefield ist ungewiss. Ich weiß nicht mal mehr, ob sie versuchen werden, 2042 zu retten, es gibt sogar das Gerücht, dass das Spiel halt zu einem Free-to-Play-Titel werden soll, damit überhaupt noch Leute das Spiel spielen und dann werden sie natürlich das Spiel schlachten mit kosmetischen Items, wo sie dann Geld rausholen wollen und das wird den Hardcore-Spielern nicht gefallen und das wird dafür sorgen, dass noch weniger Spieler da halt das Spiel noch mitspielen, weil die eh keine Toleranz mehr für irgendwas hatten, ist wie gesagt völlig verständlich. Und so mit Sterben Franchises aus und ich glaube halt auch, dass in dem Falle der Publisher voll schuld ist. Die wollen halt unbedingt mit irgendeiner Scheiße kompeten und dann ruinieren sie die Franchises. Gerade EA ist ja bekannt dafür. Ich muss ja eigentlich nur die Need for Speed Serie erwähnen, wie sie Blackbox halt immer wieder zur Hochleistung angetrieben haben und die armen Leute da nicht mal eine Pause machen konnten, in einem Jahr gefühlt drei Spiele releasen mussten und dadurch halt Need for Speed auch irgendwann schlecht geworden ist, was ich ja auch verstehen kann. Beginnt mit Undercover schon. Und das ist halt einfach traurig. Im Endeffekt ist das Einzige, was wir natürlich tun können, unsere Stimme hören lassen und ja, alte Spiele spielen. Viele dieser Sachen werden halt nie wieder verschwinden. Deswegen ist es gut, immer ein bisschen Retro-Leben in sein Leben einzubringen. Ich meine, die Spiele von früher, nur weil sie alt sind, sind sie ja nicht schlecht geworden. Spielt doch mal wieder Underground 2 oder was auch immer, weil ihr sagt ja immer, diese Spiele sind so geil. Da will ich mal sehen, ob viele Leute diese Spiele immer noch so genial finden, weil bei mir ist es immer noch so, aber in den meisten Fällen höre ich nur diese Behauptungen und dann spielen die Leute diese Spiele nicht und ja, behaupten halt immer noch, dass die gut wären. Einfach mal die PS2 auspacken oder was auch immer und diese Spiele mal spielen. Als letztes kann ich halt auch einfach nur sagen, ich verstehe auch die Leute nicht, die dann sich freuen, dass irgendein Franchise am Sterben ist. Sagen wir mal jetzt in dem Falle, ich weiß nicht, ob es so ist, aber Call of Duty Fans, die sich dann zum Beispiel darüber freuen, dass das Battlefield-Franchise ausstirbt, nur weil es der Konkurrent war. Das ist absoluter Bullshit. Vergleich das einfach mal zum Beispiel mit den Smartphones. Wenn Apple irgendwas macht oder wenn Samsung irgendwas macht, was richtig cool ist, sie haben irgendeine neue Technologie oder finden einen Weg, irgendwas anderes richtig geil zu machen, dann müssen andere Entwickler nachziehen. Das ist einfach für den Konsumenten das Beste. Wettbewerb ist immer eine gute Sache, weil das immer zur Hochleistung antreibt. Wenn es nur eine Firma geben würde, die irgendwas herstellt, dann könnten die machen, was sie wollen und könnten für den größten Scheiß das Geld nehmen, was sie halt erwarten beziehungsweise haben wollen, weil es gibt ja nur die. Es kann ja nicht sein, dass man sich über irgendwas freut und dann sich nicht denkt, okay, scheiße, wenn die aussterben, heißt das wiederum, dass andere sich keine Mühe mehr geben müssen. Denkt ihr zum Beispiel, dass der Ausstieg von LG und HTC aus dem Handymarkt eine gute Sache gewesen wäre? Nein, gerade diese beiden Themen haben in Sachen Innovation die Android-Welt halt weit nach vorne getrieben. HTC war der erste Entwickler des ersten Android-Handys und LG hat halt immer wieder echt innovative Sachen rausgehauen. Und gerade das kann man halt auch gut auf die Spiele übertragen. Wenn jetzt ein Battlefield stirbt, dann hat Call of Duty nichts mehr, woran es sich orientieren kann und dann kaufen Leute, die halt auf diesen Realitätsgrad stehen, Call of Duty nur noch. Dann gibt es halt nichts mehr anderes, vielleicht außer Escape from Tarkov und Insurgency. Ich wünschte einfach, die Firmen würden sich mal auf eine Sache fokussieren, statt zu versuchen, alles zu sein, weil das ist das, was immer ein Rezept für Desaster ist. Gerade wie auch bei Need for Speed, die haben halt versucht, ein Offroad-Game zu sein und Tuning-Game, bla 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 und so weiter und das ist komplett in die Hose gegangen. Und Battlefield hat das auch versucht und auch das hat gescheitert. Ich hoffe einfach, diese ganzen Firmen lernen mal endlich daraus und in der AAA-Branche muss sich einiges ändern, damit sie nicht komplett untergeht. Mehr habe ich aber auch gar nicht zu sagen. Ich glaube, ich habe alles ausgedruckt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sagt mir einfach mal, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich über eine Bewertung sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. I'm out. Bis zum nächsten Mal.